Der Abend beginnt wie jeder Wortclub mit Musik und ich bin sehr froh, heute eine Band aus Bonn hier zu haben. Cynthia Nikschas ist bei uns mit ihren Freunden und sie wird genau das erleben, dass sie auch Kisten im Keller haben wird, wo nicht ihre eigenen CDs drin sind. Da bin ich mir ganz sicher. Viel Spaß und herzlich willkommen, Cynthia Nikschas. Dankeschön. Musik Kann man davon leben, werd ich gefragt, was es mir geben würde, was ich davon hab, was ich denk, wo ich bin in fünf Jahren, ob ich vor Hafe immer Bahn zu fahr'n. Ey, ich hab gut mit mir selbst zu tun und Musik ist meine Ruhe und Zuflucht, ob ich wirklich weiß, was ich da tue, ist mir egal, ich krieg nicht genug. Um dabei irgendwas Gutes zu fühlen, muss ich nicht in hundertfünf Büchern fühlen, da reichen. Musik Wir müssen nicht reden, wir sind einfach da. Melodien als gemeinsame Sprache, Schwimmen in Musik lassen und so tragen, wenn das nicht Liebe ist, will ich Liebe nicht haben. Diese Momente von Magie und Glück wünsche ich mir immer, wenn sie nicht sind, zurück. Und ich fliege in Träumen, Gedanken, Gefühlen, bei Bord zu mir, Stück für Stück. Und um ihn mir nicht zu spüren, brauch ich da keinen, denn Knopf drückt für. Musik Musik Ja da 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 Ja da 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020